Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Pauli, die sich zum Sport anmelden möchte, und Herrn Wilde im Sekretariat des Sportvereins. Zum Inhalt des Gesprächs werden in der Aufgabe verschiedene Aussagen gemacht. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Pauli von Herrn Wilde bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an und lesen Sie auch die Beispiele. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pauli am Apparat. Guten Tag, Herr Wilde. Meine Freundin hat mir Ihren Verein empfohlen. Denn ich glaube, ein bisschen Sport täte mir auch gut. Ja, und an was haben Sie dabei gedacht? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Knien. Und außerdem mag ich keinen Mannschaftssport. Hm. Mit Ihren Knien haben Sie Probleme. Gibt es da einen medizinischen Befund? Nein. Abruptes Bremsen und andauerndes Springen tun mir einfach nicht gut. Ach so. Da bleiben trotzdem noch genug andere Sportmöglichkeiten. Zum Beispiel verschiedene Gymnastikkurse. Oder Pilates, Yoga, Qigong. Ich würde gern etwas mit Musik machen. Alle unsere Gymnastikkurse laufen mit Musik. Hm. Was für Unterschiede gibt es denn bei den einzelnen Gymnastikkursen? Also, da gibt es einmal die Gymnastik speziell für den Rücken. Für Leute, die viel sitzen. Dann gibt es ganz Körperfit-Programme, wo rund um alle Muskelgruppen trainiert werden. Und dann noch spezielle, den Körper formende Gymnastikkurse. Das ist in der Tat ein vielfältiges Angebot. Außerdem bieten wir Kurse für verschiedene Altersgruppen an. Auch Kurse nur für Damen oder Herren. Mich würde die Damen-Gymnastik interessieren. Ja. Die ist sehr beliebt. Wann finden diese Kurse statt? Wir haben ein Vormittags- und ein Abendprogramm. Um wie viel Uhr beginnt denn das Abendprogramm? Am Vormittag kann ich leider nicht. Ich bin berufstätig. Unser Abendprogramm beginnt generell schon um 17.30 Uhr und läuft bis 21.30 Uhr. Das heißt, gegen 23 Uhr enden alle Kurse. Wie lange dauert ein Kurs? Jeweils 50 Minuten. Wir brauchen immer 10 Minuten, um die Geräte rein oder raus zu transportieren. Und auch, um die Hallen zu lüften. Gibt es denn an jedem Tag Damen-Gymnastik? Die Damen-Gymnastik findet montags, dienstags und donnerstags statt. Jeweils um 18 Uhr und um 19 Uhr. Dienstags und donnerstags um 18 Uhr. Würde mir gut passen. Kann ich auch zweimal die Woche teilnehmen? Wenn Sie bei uns Mitglied geworden sind, können Sie an allen Kursen so oft teilnehmen, wie Sie wollen. Das ist ja prima. Und wie hoch ist der Beitrag? Ich nehme an, Sie sind noch keine Seniorin, aber auch keine Studentin mehr. Nein, ich bin 45 Jahre alt. Also, Erwachsene zahlen pro Monat einen Mitgliedsbeitrag von 10,50 Euro. Ehepaare bezahlen zusammen 17 Euro. Mein Mann ist leider nicht so der Gymnastiktyp. Tja, dann müssen Sie den vollen Betrag zahlen. Und wie mache ich das am besten? Das machen Sie zusammen mit der Anmeldung. Entweder schicken wir Ihnen unser Anmeldeformular zu und Sie schicken es dann ausgefüllt wieder an uns zurück. Oder Sie kommen zur Anmeldung persönlich in unser Büro. Und wann ist Ihr Büro geöffnet? Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr und Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr. Und wie komme ich am besten zu Ihnen? Am besten nicht mit dem Auto. Unser Parkplatz ist sehr begrenzt. Direkt vor unserem Sportverein hält die Tram Nummer 17 und der Bus Linie 51. Oh, die Linie 17 ist sehr gut für mich. Da kann ich von meiner Arbeitsstelle aus direkt losfahren. Noch eine Frage. Was für Kleidung brauche ich für diese Gymnastik? Nichts Besonderes. Nur bequem sollte sie sein. Und nicht zu warm. Ja, und die Sohlen Ihrer Tonschuhe dürfen nicht schwarz sein. Gibt es Duschen bei den Umkleideräumen? Selbstverständlich. Wir haben auch eine Sauna und einen Massageraum. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Sollten Sie später noch Fragen haben, finden Sie alle Informationen auch unter www.tsvnn.de. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ende von Hörverstehen 1 Hören, Aufgabe 2 Lügen sind für das soziale Zusammenleben sehr wichtig. Sie hören jetzt ein Radiointerview. Die Journalistin Christina Stolzenberg interviewt den Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt zum Thema Lügen. Zu diesem Gespräch sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zuerst einmal ganz, danach in Abschnitten noch einmal. Insgesamt hören Sie das Gespräch also zweimal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Hören Sie jetzt den Text einmal ganz. Dann hören Sie den Text noch einmal in Abschnitten. Lügen ist eine Sünde. Trotzdem tut es jeder. Jeden Tag. Warum wir lügen und die Lügen anderer häufig auch akzeptieren, dazu hören Sie jetzt ein Interview mit dem Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt von der Universität Mannheim. Herr Reinhardt, ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Guten Tag. Eine Studie des Allensbach-Instituts hat jüngst festgestellt, dass jüngere Menschen heute eher akzeptieren, angelogen zu werden als ältere. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Wertewandel in unserer Zeit zusammenhängt. In der Religion zum Beispiel spielt das Lügen als Sünde eine wichtige Rolle. Und weil es heute schwächere religiöse Bindungen in der Gesellschaft gibt, wird vielleicht auch das Lügen stärker akzeptiert. Ich vermute, dass wir uns von den klassischen Normen nicht stehlen, nicht betrügen, pünktlich sein und so weiter wegbewegen. Auch vom Nicht-Lügen. Eben. Du sollst nicht lügen, ist uns als biblisches Gebot eingepaukt worden. Trotzdem tun wir es alle. Mehrere Male pro Tag. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Der US-Psychologe Charles Bond von der Texas Christian University hat dazu eine Theorie entwickelt. Diese geht von einem doppelten Standard aus. Aus der Sicht des Belogenen gilt ganz klar das biblische Gebot. Über dieses religiöse Gebot hinaus gilt es in unserer Gesellschaft als sehr problematisch angelogen zu werden. Weil dadurch Schaden entsteht und weil dies ein klarer Vertrauensbruch ist. Anders ist das aus der Sicht des Lügners. Jeder von uns hat im Alltag gute Gründe zu lügen. Es handelt sich dabei oft um Rationalisierungen im Nachhinein. Man findet Gründe wie Ich habe den anderen belogen, um ihn zu schützen. Oder Es war gar keine Lüge, sondern nur eine Notlüge. Der Begriff Notlüge ist doch aber sehr diffus. Der Begriff Notlüge dient möglicherweise dazu, das Gewicht der Lüge etwas abzufedern. Man will das Negative herausnehmen und damit sagen, so schlimm war es doch gar nicht. In Studien von Bella de Paolo von der University of California und anderen sollten zum Beispiel die Teilnehmer Tagebuch führen über ihre Gespräche und ihre Lügen. Und die Art der jeweiligen Lügen. Es stellte sich heraus, dass die Leute häufig sagten, das war eine Lüge, um den anderen zu schützen oder nicht zu verletzen. Lügen erfüllt sozusagen eine soziale Funktion? Einerseits trifft das zu. Andererseits will ein Lügner aber auch häufig einen Vorteil für sich erlangen. So lügt zum Beispiel jemand seinen Partner an, um die eigene Beziehung nicht zu gefährden. Oder er will ein bestimmtes Produkt verkaufen. Also stellt er es im besten Licht dar. Dennoch muss man festhalten, dass das Lügen für das soziale Zusammenleben wichtig ist. Weil wir den Selbstwert des anderen nicht schädigen wollen. Wenn alle immer nur die Wahrheit sagen würden, dann wäre unsere Welt sehr brutal. Aber wir fordern doch von allen, dass sie die Wahrheit sagen. Ja, aber uns selber wollen wir als eine positive Person sehen, die auch von anderen als positiv wahrgenommen wird. Stellen Sie sich eine Partnerschaft vor, in der Sie in jedem Moment ehrlich Ihre Gefühle äußern. Sie könnten beispielsweise denken, heute finde ich meine Freundin nicht so hübsch. Aber das können Sie nicht sagen, ohne dass dadurch die Beziehung belastet wird. Nach dieser Darstellung gibt es also gute Lügen. Man muss da genau unterscheiden. Eine schlechte Lüge ist die bewusste falsche Weitergabe von Informationen. Das sind Aussagen, von denen man eindeutig weiß, dass sie nicht wahrhaftig sind und die dazu dienen, einen eigenen Vorteil zu erlangen. Bei bestimmten Berufsgruppen ist diese Art der Lüge durchaus üblich. Genau. Nehmen wir dazu eine weitere Umfrage, und zwar zum Berufsprestige. Danach genießen Ärzte ein hohes Ansehen. Journalisten und Politiker rangieren dagegen im unteren Bereich. Hat deren geringes Prestige etwas mit dem Ruf zu tun, gerne die Wahrheit zu beugen? Ich glaube nicht, dass Prestige und Lügen unbedingt zusammenhängen. Man kann sich gut vorstellen, dass auch Ärzte lügen. Nämlich dann, wenn es dem Wohl des Patienten dient. Etwa, wenn man ihm verschweigt, wie schlimm es wirklich um ihn steht, um ihm nicht in Lebensmut zu nehmen. Da ist es vielleicht sogar moralisch geboten, zu lügen. Jemand, der sich um die Gesundheit und das Leben anderer Menschen bemüht, hat natürlich ein höheres Prestige als etwa jemand, der wie ich in der Sozialpsychologie forscht. Über Politiker möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Da werden Lügen von der Öffentlichkeit schärfer beurteilt. Und das hängt wiederum ab vom Ansehen, das diese Berufsgruppe aktuell genießt. Eine ganz wichtige Frage. Aber die würde jetzt den Rahmen unserer Sendung sprengen. Herr Reinhardt, wir beenden hier das Interview und bedanken uns für diese interessanten Ausführungen. Hören Sie nun den Text in Abschnitten. Hören Sie zuerst das Beispiel. Lügen ist eine Sünde. Trotzdem tut es jeder. Jeden Tag. Warum wir lügen und die Lügen anderer häufig auch akzeptieren, dazu hören Sie jetzt ein Interview mit dem Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt von der Universität Mannheim. Herr Reinhardt, ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 14. Vielen Dank. Wie? Wie? So. Lügen ist eine Sünde. Trotzdem tut es jeder. Jeden Tag. Warum wir lügen und die Lügen anderer häufig auch akzeptieren, dazu hören Sie jetzt ein Interview mit dem Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt von der Universität Mannheim. Herr Reinhardt, ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Guten Tag. Eine Studie des Allensbach-Instituts hat jüngst festgestellt, dass jüngere Menschen heute eher akzeptieren, angelogen zu werden als ältere. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Wertewandel in unserer Zeit zusammenhängt. In der Religion zum Beispiel spielt das Lügen als Sünde eine wichtige Rolle. Und weil es heute schwächere religiöse Bindungen in der Gesellschaft gibt, wird vielleicht auch das Lügen stärker akzeptiert. Ich vermute, dass wir uns von den klassischen Normen nicht stehlen, nicht betrügen, pünktlich sein und so weiter wegbewegen. Auch vom Nichtlügen. Eben. Du sollst nicht lügen, ist uns als biblisches Gebot eingepaukt worden. Trotzdem tun wir es alle. Mehrere Male pro Tag. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Der US-Psychologe Charles Bond von der Texas Christian University hat dazu eine Theorie entwickelt. Diese geht von einem doppelten Standard aus. Aus der Sicht des Belogenen gilt ganz klar das biblische Gebot. Über dieses religiöse Gebot hinaus gilt es in unserer Gesellschaft als sehr problematisch angelogen zu werden. Weil dadurch Schaden entsteht und weil dies ein klarer Vertrauensbruch ist. Anders ist das aus der Sicht des Lügners. Jeder von uns hat im Alltag gute Gründe zu lügen. Es handelt sich dabei oft um Rationalisierungen im Nachhinein. Man findet Gründe wie, ich habe den anderen belogen, um ihn zu schützen. Oder es war gar keine Lüge, sondern nur eine Notlüge. Der Begriff Notlüge ist doch aber sehr diffus. Der Begriff Notlüge dient möglicherweise dazu, das Gewicht der Lüge etwas abzufedern. Man will das Negative herausnehmen und damit sagen, so schlimm war es doch gar nicht. In Studien von Bella de Paolo von der University of California und anderen sollten zum Beispiel die Teilnehmer Tagebuch führen über ihre Gespräche und ihre Lügen und die Art der jeweiligen Lügen. Es stellte sich heraus, dass die Leute häufig sagten, das war eine Lüge, um den anderen zu schützen oder nicht zu verletzen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 15 bis 17. Lügen erfüllt sozusagen eine soziale Funktion? Einerseits trifft das zu. Andererseits will ein Lügner aber auch häufig einen Vorteil für sich erlangen. So lügt zum Beispiel jemand seinen Partner an, um die eigene Beziehung nicht zu gefährden. Oder er will ein bestimmtes Produkt verkaufen. Also stellt er es im besten Licht dar. Dennoch muss man festhalten, dass das Lügen für das soziale Zusammenleben wichtig ist, weil wir den Selbstwert des anderen nicht schädigen wollen. Wenn alle immer nur die Wahrheit sagen würden, dann wäre unsere Welt sehr brutal. Aber wir fordern doch von allen, dass sie die Wahrheit sagen. Ja, aber uns selber wollen wir als eine positive Person sehen, die auch von anderen als positiv wahrgenommen wird. Stellen Sie sich eine Partnerschaft vor, in der Sie in jedem Moment ehrlich Ihre Gefühle äußern. Sie könnten beispielsweise denken, heute finde ich meine Freundin nicht so hübsch. Aber das können Sie nicht sagen, ohne dass dadurch die Beziehung belastet wird. Insofern kann es wichtig sein, in den eigenen Aussagen bestimmte Details wegzulassen oder zu verfälschen. Hier dient die Lüge dem Schutz einer Beziehung oder dem Selbstvertrauen einer nahestehenden Person. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 18 bis 20. Nach dieser Darstellung gibt es also gute Lügen. Welche Lügen kann man dann als eindeutig schlecht oder negativ definieren? Man muss da genau unterscheiden. Eine schlechte Lüge ist die bewusste falsche Weitergabe von Informationen. Das sind Aussagen, von denen man eindeutig weiß, dass sie nicht wahrhaftig sind und die dazu dienen, einen eigenen Vorteil zu erlangen. Bei bestimmten Berufsgruppen ist diese Art der Lüge durchaus üblich. Genau. Nehmen wir dazu eine weitere Umfrage, und zwar zum Berufsprestige. Danach genießen Ärzte ein hohes Ansehen. Journalisten und Politiker rangieren dagegen im unteren Bereich. Hat deren geringes Prestige etwas mit dem Ruf zu tun, gerne die Wahrheit zu beugen? Ich glaube nicht, dass Prestige und Lügen unbedingt zusammenhängen. Man kann sich gut vorstellen, dass auch Ärzte lügen. Nämlich dann, wenn es dem Wohl des Patienten dient. Etwa, wenn man ihm verschweigt, wie schlimm es wirklich um ihn steht, um ihm nicht in Lebensmut zu nehmen. Da ist es vielleicht sogar moralisch geboten, zu lügen. Jemand, der sich um die Gesundheit und das Leben anderer Menschen bemüht, hat natürlich ein höheres Prestige als etwa jemand, der wie ich in der Sozialpsychologie forscht. Über Politiker möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Da werden Lügen von der Öffentlichkeit schärfer beurteilt. Und das hängt wiederum ab vom Ansehen, das diese Berufsgruppe aktuell genießt. Eine ganz wichtige Frage. Aber die würde jetzt den Rahmen unserer Sendung sprengen. Herr Reinhardt, wir beenden hier das Interview und bedanken uns für diese interessanten Ausführungen. Ende. Hören. Aufgabe 2. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, Ihre Lösungen zu den Aufgaben 1 bis 20 auf den Antwortbogen zu übertragen. Turn- und Sportverein Neuhausen, Wilde, guten Tag. Pauli am Apparat. Guten Tag, Herr Wilde. Meine Freundin hat mir ihren Verein empfohlen. Denn ich glaube, ein bisschen Sport täte mir auch gut. Ja, und an was haben Sie dabei gedacht? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Knien. Und außerdem mag ich keinen Mannschaftssport. Hm. Mit Ihren Knien haben Sie Probleme. Gibt es da einen medizinischen Befund? Nein. Abruptes Bremsen und andauerndes Springen tun mir einfach nicht gut. Ach so. Da bleiben trotzdem noch genug andere Sportmöglichkeiten. Zum Beispiel verschiedene Gymnastikkurse. Oder Pilates, Yoga, Qigong. Ich würde gern etwas mit Musik machen. Alle unsere Gymnastikkurse laufen mit Musik. Hm. Was für Unterschiede gibt es denn bei den einzelnen Gymnastikkursen? Also, da gibt es einmal die Gymnastik speziell für den Rücken. Für Leute, die viel sitzen. Dann gibt es ganz Körperfit-Programme, wo rund um alle Muskelgruppen trainiert werden. Und dann noch spezielle, den Körper formende Gymnastikkurse. Das ist in der Tat ein vielfältiges Angebot. Außerdem bieten wir Kurse für verschiedene Altersgruppen an. Auch Kurse nur für Damen oder Herren. Mich würde die Damen-Gymnastik interessieren. Ja. Die ist sehr beliebt. Wann finden diese Kurse statt? Wir haben ein Vormittags- und ein Abendprogramm. Um wie viel Uhr beginnt denn das Abendprogramm? Um Vormittag kann ich leider nicht. Ich bin berufstätig. Unser Abendprogramm beginnt generell schon um 17.30 Uhr und läuft bis 21.30 Uhr. Das heißt, gegen 23 Uhr enden alle Kurse. Wie lange dauert ein Kurs? Jeweils 50 Minuten. Wir brauchen immer zehn Minuten, um die Geräte rein oder raus zu transportieren. Und auch, um die Hallen zu lüften. Gibt es denn an jedem Tag Damen-Gymnastik? Die Damen-Gymnastik findet montags, dienstags und donnerstags statt. Jeweils um 18 Uhr und um 19 Uhr. Dienstags und donnerstags um 18 Uhr. Würde mir gut passen. Kann ich auch zweimal die Woche teilnehmen? Wenn Sie bei uns Mitglied geworden sind, können Sie an Kursen so oft teilnehmen, wie Sie wollen. Das ist ja prima. Und wie hoch ist der Beitrag? Ich nehme an, Sie sind noch keine Seniorin, aber auch keine Studentin mehr. Nein, ich bin 45 Jahre alt. Also, Erwachsene zahlen pro Monat ein Mitgliedsbeitrag von 10,50 Euro. Ehepaare bezahlen zusammen 17 Euro. Mein Mann ist leider nicht so der Gymnastiktyp. Tja, dann müssen Sie den vollen Betrag zahlen. Und wie mache ich das am besten? Das machen Sie zusammen mit der Anmeldung. Entweder schicken wir Ihnen unser Anmeldeformular zu und Sie schicken es dann ausgefüllt wieder an uns zurück. Oder Sie kommen zur Anmeldung persönlich in unser Büro. Und wann ist Ihr Büro geöffnet? Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr und Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr. Und wie komme ich am besten zu Ihnen? Am besten nicht mit dem Auto. Unser Parkplatz ist sehr begrenzt. Direkt vor unserem Sportverein hält die Tram Nummer 17 und der Bus Linie 51. Oh, die Linie 17 ist sehr gut für mich. Da kann ich von meiner Arbeitsstelle aus direkt losfahren. Noch eine Frage. Was für Kleidung brauche ich für diese Gymnastik? Nichts Besonderes. Nur bequem sollte sie sein. Und nicht zu warm. Ja, und die Sohlen ihrer Turnschuhe dürfen nicht schwarz sein. Gibt es Duschen bei den Umkleideräumen? Selbstverständlich. Wir haben auch eine Sauna und einen Massageraum. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Sollten Sie später noch Fragen haben, finden Sie alle Informationen auch unter www.tsvnn.de. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ende von Hörverstehen 1 Lügen ist eine Sünde. Trotzdem tut es jeder. Jeden Tag. Warum wir lügen und die Lügen anderer häufig auch akzeptieren, dazu hören Sie jetzt ein Interview mit dem Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt von der Universität Mannheim. Herr Reinhardt, ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Guten Tag. Eine Studie des Allensbach-Instituts hat jüngst festgestellt, dass jüngere Menschen heute eher akzeptieren, angelogen zu werden als ältere. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Wertewandel in unserer Zeit zusammenhängt. In der Religion zum Beispiel spielt das Lügen als Sünde eine wichtige Rolle. Und weil es heute schwächere religiöse Bindungen in der Gesellschaft gibt, wird vielleicht auch das Lügen stärker akzeptiert. Ich vermute, dass wir uns von den klassischen Normen nicht stehlen, nicht betrügen, pünktlich sein und so weiter wegbewegen. Auch vom Nicht-Lügen. Eben. Du sollst nicht lügen, ist uns als biblisches Gebot eingepaukt worden. Trotzdem tun wir es alle. Mehrere Male pro Tag. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Der US-Psychologe Charles Bond von der Texas Christian University hat dazu eine Theorie entwickelt. Diese geht von einem doppelten Standard aus. Aus der Sicht des Belogenen gilt ganz klar das biblische Gebot. Über dieses religiöse Gebot hinaus gilt es in unserer Gesellschaft als sehr problematisch, angelogen zu werden. Weil dadurch Schaden entsteht und weil dies ein klarer Vertrauensbruch ist. Anders ist das aus der Sicht des Lügners. Jeder von uns hat im Alltag gute Gründe zu lügen. Es handelt sich dabei oft um Rationalisierungen im Nachhinein. Man findet Gründe wie, ich habe den anderen belogen, um ihn zu schützen. Oder, es war gar keine Lüge, sondern nur eine Notlüge. Der Begriff Notlüge ist doch aber sehr diffus. Der Begriff Notlüge dient möglicherweise dazu, das Gewicht der Lüge etwas abzufedern. Man will das Negative herausnehmen und damit sagen, so schlimm war es doch gar nicht. In Studien von Bella de Paolo von der University of California und anderen sollten zum Beispiel die Teilnehmer Tagebuch führen über ihre Gespräche und ihre Lügen. Und die Art der jeweiligen Lügen. Es stellte sich heraus, dass die Leute häufig sagten, das war eine Lüge, um den anderen zu schützen oder nicht zu verletzen. Lügen erfüllt sozusagen eine soziale Funktion? Einerseits trifft das zu. Andererseits will ein Lügner aber auch häufig einen Vorteil für sich erlangen. So lügt zum Beispiel jemand seinen Partner an, um die eigene Beziehung nicht zu gefährden. Oder er will ein bestimmtes Produkt verkaufen. Also stellt er es im besten Licht dar. Dennoch muss man festhalten, dass das Lügen für das soziale Zusammenleben wichtig ist, weil wir den Selbstwert des anderen nicht schädigen wollen. Wenn alle immer nur die Wahrheit sagen würden, dann wäre unsere Welt sehr brutal. Aber wir fordern doch von allen, dass Sie die Wahrheit sagen. Ja, aber uns selber wollen wir als eine positive Person sehen, die auch von anderen als positiv wahrgenommen wird. Stellen Sie sich eine Partnerschaft vor, in der Sie in jedem Moment ehrlich Ihre Gefühle äußern. Sie könnten beispielsweise denken, heute finde ich meine Freundin nicht so hübsch. Aber das können Sie nicht sagen, ohne dass dadurch die Beziehung belastet wird. Insofern kann es wichtig sein, in den eigenen Aussagen bestimmte Details wegzulassen oder zu verfälschen. Hier dient die Lüge dem Schutz einer Beziehung oder dem Selbstvertrauen einer nahestehenden Person. Nach dieser Darstellung gibt es also gute Lügen. Welche Lügen kann man dann als eindeutig schlecht oder negativ definieren? Man muss da genau unterscheiden. Eine schlechte Lüge ist die bewusste falsche Weitergabe von Informationen. Das sind Aussagen, von denen man eindeutig weiß, dass sie nicht wahrhaftig sind und die dazu dienen, einen eigenen Vorteil zu erlangen. Bei bestimmten Berufsgruppen ist diese Art der Lüge durchaus üblich. Genau. Nehmen wir dazu eine weitere Umfrage, und zwar zum Berufsprestige. Danach genießen Ärzte ein hohes Ansehen. Journalisten und Politiker rangieren dagegen im unteren Bereich. Hat deren geringes Prestige etwas mit dem Ruf zu tun, gerne die Wahrheit zu beugen? Ich glaube nicht, dass Prestige und Lügen unbedingt zusammenhängen. Man kann sich gut vorstellen, dass auch Ärzte lügen. Nämlich dann, wenn es dem Wohl des Patienten dient. Etwa, wenn man ihm verschweigt, wie schlimm es wirklich um ihn steht, um ihm nicht in Lebensmut zu nehmen. Da ist es vielleicht sogar moralisch geboten, zu lügen. Jemand, der sich um die Gesundheit und das Leben anderer Menschen bemüht, hat natürlich ein höheres Prestige als etwa jemand, der wie ich in der Sozialpsychologie forscht. Über Politiker möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Da werden Lügen von der Öffentlichkeit schärfer beurteilt. Und das hängt wiederum ab vom Ansehen, das diese Berufsgruppe aktuell genießt. Eine ganz wichtige Frage. Aber die würde jetzt den Rahmen unserer Sendung sprengen. Herr Reinhardt, wir beenden hier das Interview und bedanken uns für diese interessanten Ausführungen.